Ein Ford Transit steht hier zum Verkauf. Sieben Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Tempomat, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.